Matrix ist ein einziges Highlight. Also ich kann nicht sagen, dass da einzelne Highlights daraus entstehen, sondern für mich ist das einfach überwältigend. Es ist einfach toll. Es hat mein Leben auch verändert. Ich habe davon gehört durch Freunde und ich war auf dem Infoabend und ich wusste noch gar nicht, was so richtig auf mich zukam. Und Günther stand da und fragt mich, hast du ein Thema? Und der hat mich noch nicht mal angefasst, der hat mich schon auf den Boden gelegen und hat mich kaputt gelacht. Und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und seit der Zeit bin ich Junkie. Was war die größte Veränderung für dich? In mir. Ich habe mich verändert. Irgendwas in mir ist aufgegangen und ich kann jetzt eigentlich sagen, dass ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich bin offener geworden, ich bin leichter geworden, ich bin fröhlicher geworden, glücklicher, liebevoller. Ach, alles eigentlich. Es ist einfach toll. Ich bin ein Fröhlicher. Also, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020